alle macht den clodets und eine mac aber mac ist doch immer auch männern weibler gleiche ja mac gibt es ja einmal als frau und als man wie das ist die die ich am anfang hochgelevelt hatte bis level 8 oder so in mind oder was meinst du noch ich guck gleich mal selber der episode 1 lp ist etwas verwirrt obwohl der doktor noch gar nicht im spiel war aber vielleicht kommt er jetzt bei unserem glück gut wäre es auch vielleicht ein so ich stehe hier wahrscheinlich wieder beim killer also sieht das danach aus dass spucktante ist ja hier vorne ist als mit zu dritt hier mit den haaren mit den haaren danke sind wir mit kapuzen auf ganz schlecht damit zu viert hier sind aber der hat ein perk drin glaube ich ja das dauert so lange kaum zu dritt packen wir wohl den ersten einmal sie ein jetzt gegangen ja dies gegangen wohin ich höre irgendwas oh ja scheiße scheiße auch ist der einfach ich opfer mich ich habe zwar gesagt ich opfer mich aber das heißt doch nicht dass sie hinter mir her muss nein da läuft meine dagegen der trottel kommst du ja auch noch entgegen nein dass der mit dem bären fallen nein den keller brauche ich mich auch gar nicht mehr wehren bin da ist auf der konnte zu das habe ich aber nicht gesehen in welche richtung der jetzt gegangen ist zu mir er geht zu irgendeiner claudette da kommt einer runter ich weiß nicht was ist so macht ja ja in den klo in gegründet gibt es auch mann ja tschuldigung tschuldigung die wollte mich gerade halten der hat ja voll entfernung zu dir ich glaube der ist ein bisschen verliert der ist bei euch hinten pass auf eine hat mich machen das ist sie auch ein ne ja wir kommen wir kommen scheiße warte mal macht ihr weiter ich versuche ihnen runter zu holen jetzt ist die andere gelaufen ich ernst jetzt oder er steht noch unten da hat aber keine bärenfalle gelegt jetzt verlauft erst bei euch in der richtung alle drei wo ihr seid ja hat sie ja die rennt zu mir will mich vielleicht noch befreien das ist ganz schlecht ja ja wo sollen wir bist du noch hier ich hänge immer noch sie hat die weg gestand kommt schnell schnell jetzt könnte kommen ja moment der läuft gerade bei mir entlang entschuldige aber der hängt jedoch auf da ist jetzt zu spät jetzt kommt er zum nächsten bei euch jetzt doch nicht du hast ihn befreit ich bin gerade zu euch er hat mich gesehen hat mich gesehen ich kann auch nicht vernünftig laufen das ist so scheiße nein dann laufe ich ja auch noch vor ey wie scheiße ist das denn pass auf der kommt in eure nähe der dam heilen ist das bei mir relativ in der nähe aber auf der anderen seite jetzt das bin ich na ich wusste es der rennt zu euch zu euch beide weiß nicht wer zu zweit gerade ist einer aber scheiße ich muss schon kämpfen ja ich kann jetzt leider nicht gucken weil ich die ganze auf die taste schuld scheiße schuldig und er hat dich ja ich werde runter geholt danke danke bitte ach so du bist komm hier nicht halt geben im teller hast du teller er ist nutella im keller jetzt hat er aufgehangen links hinten jetzt befreien wo ist denn der links hinten oh da kommen wir kommen da am besten drüber ich gehe in seine richtung gehst du ihn holen oder ich versuche es aber der ist ganz weit hinten dann suche ich nochmal einen linksrums also einen kompressor wollte ich gerade sagen generatoren einen brauchen wir noch die wir brauchen nur einen jetzt sagen wir aber wenn er da ist ja einer ist schon den haben wir ach bist du im keller ja bin ich oh fuck er hat mich gesehen ok wenn er dich gesehen hat dann laufe ich schnell in den keller ja ja ich bin am marsch ach hab ihn er hat mich auch oh pass auf der ist auf der anderen seite wo bist du ach so du bist ja eklodet ja ich hänge in der ecke neben dem generator ja ich habe es gesehen man muss aber schon kämpfen weil ich ja schon mal aufgang war das problem ist der hält uns so auf trapp weil scheiße hat er mich gesehen ah ne der holt sich den der hier liegt ja der hat ja eine falle gehabt äh der eine falle ich komme zu dir halt noch was durch ich habe nicht mehr viele ich komme ich komme ja ich renne schon ich renne ich bin gleich schon deswegen aber wer oh wo bist du denn am arsch der welt hier jaaa ich bin aber gleich da halt noch einen moment durch wir laufen in die richtung hier komm in die ecke ja wenn du mich durchlaufen lassen würdest irgendwo hier in der scheiße das da das da er hat uns beide erwischt ne 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 ich bin noch weg aber er verfolgt mich glaube ich ne mich er hat mich ja ich bin tot was ist mit nils oh 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 der geht richtung haus glaube ich sehn jetzt grad nicht mehr das große ja der ist am rande lang vom haus gegangen gerade oh er ist bei mir irgendwie aber ist irgendwie weg jetzt ich bin hier ganz am rand der map an sonnengenerator weißt du wo die falltülle ist jetzt schon gesehen ist der ne ne die gibt es ja noch nicht ne natürlich gibt es die können nein ja die ist doch noch gar nicht freigeschaltet ja hoffentlich aber sie sind da das ist schon wir können ja auch noch ein bisschen mitnehmen dann können wir alle durch die falltülle kommen ich dein ernst ey ich bin jetzt extra hier weil ich die treppen hoch wollte Achtung da er kommt da in der Ecke der macht den generator kaputt und geht um die kreis er oh oh ey geh durch das fenster hm scheiße ah nein da ist ne bärenfalle oh ist nicht wahr ah ah ja jagt ihr dich gerade ey es hat ihn aufgehangen ihr seid alleine nur noch wo aber Nils ist glaube ich tot oder ne er kann noch kämpfen er ist jetzt da nein fuck hat er dich auch sagt bescheid wenn er äh hoch geht ins Haus er geht gerade hoch ins Haus oben oben er ist oben Seppo von außen oder von innen von außen ja ich sehs ich sehs von innen geht glaube ich gar nicht bei den außen ja genau nein lauf bloß nicht wenn du springst was ist das für ne scheiß die springt da runter und bleibt da hocken oder was oh god die soll laufen ihr seid beide auf der Hand ja und er springt einfach runter und rennt weiter ne ne ich bin instant tot jetzt ach so weißt du jeder andere springt da runter genau wie der Killer und rennt einfach weiter und sie läuft nicht was ist das für ne scheiße ja ach so alle schon tot ja ja wir haben kämpfen aber wir haben schon recht lange durchgehalten aber ich konnte nix machen irgendwie weil der war immer wieder da der Idiot ich konnte euch zwar immer schön vom Haken holen aber ich konnte nix machen kein Generator nix dafür hab ich zumindest Punkte hey wieso kann ich das nicht machen hey ich hab einen Rangfortschritt ich bin mal auf Level 10 ah ne stimmt gar nicht 10 ist das andere ich bin mal auf 18 ich glaub ich bin das erste mal auf 18 10,5 ja das ist gut ok